Herzlich willkommen zu einer weiteren Skin-Vorstellung von unserem Kanal, sofort und gleich. Ja, der dunkle Tricera Ops ist da und da hinten auch dieses geile Backpack drauf. Also sieht jetzt wirklich, also in der dunklen Version sieht das Teil richtig, richtig geil aus, gefällt mir sehr gut. Und dann würde ich mal sagen, dann lassen wir es doch einfach mal jetzt laufen. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im ItemShot den Creator-Code sofort und gleich. TTV, dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jetzt wird noch ein bisschen getanzt. Dance, baby, dance, baby, dance. Und das passt halt gar nicht, ne? Du musst den ganzen geilen Tanzkappen kümmert. Da hinten, ich hab ihn gefunden, endlich den dunklen Tricera Ops. Total begeistert. Er hält die Hand hin. Denk ich mir, mach ich doch. Hatschischer. Jawoll. Checkman. Nochmal. Checkman. Was ist das denn für ein komisches Bild? Wie geil sieht das denn aus? Dann macht ihr die Matrix. Matrix. Cool. Geil. Ja. Ja. Ja, das ist wirklich diese komische Enterhaken-Persone da. Die ist ziemlich effektiv, wenn man mit der umgehen kann. Aber ich kann es leider irgendwie nicht. Ist schon geil, das Teil. Also der dunkle Tricera Ops auf jeden Fall cool. Geht mir sehr gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Sieht schon echt geil aus, ne? Der Teil sieht schon echt geil aus Numericus 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 Neu Ja, die beiden Ah, da war ich! Stimmt, irgendjemand hat mich geheilt. Ich vermute mal, dass er das sogar dann wieder war, oder? Kann das sein? Ah ja, genau! Wieso bin ich wieder nicht zu sehen? Also auch dieser Fehler ist nicht gehoben. Ja, in der Zwischenzeit habe ich ja auch ungeschminkt von Piraten. Den da oben wollte ich gegen snipen. Ja, recht ziemlich. Aber jetzt ich farme mich da nicht mehr. Ne, dann einfach nicht mehr da. Gut gemacht. Das ist aber schon goldig. Irgendwie immer mehr heilen, was die eigenen Leute heilen, 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 heilen. Coole Sache. Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder ist, wenn wir wieder gleiche. Ihr könnt jetzt gerne nochmal nachschauen von dem anderen Rex, dem dunklen Rex habe ich auch ein Video. Macht's gut, bis dann und tschüss!